Megan Markele wird von Experten zerrissen, als sie versucht, ein Influencer-Imperium aufzubauen. Ein königlicher Kommentator hat Megan Markele dafür kritisiert, dass sie versucht habe, ein Influencer-Imperium aufzubauen. Megan Markele wurde von einem königlichen Kommentator dafür kritisiert, dass sie versucht habe, ein Influencer-Imperium aufzubauen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex starten zwei neue Shows auf dem Streaming-Riesen, nachdem das Paar zuvor im Rahmen seines 100 Millionen Pfund Deals drei Dokumentarfilme veröffentlicht hatte. Eine Serie wird die Freuden des Kochens, der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft erforschen, während die andere einen beispiellosen Zugang zur Welt des professionellen Polosports ermöglichen wird. Megan Markele stellte im März auch ihre neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard vor. Die im Februar angemeldete Marke für die Marke erwähnt DK-Enter, Küchenwäsche, Haustier-Zubehör, Tischkartenhalter, Nussbutter, Aufstriche, Konserven und Gelees. Die königliche Kommentatorin und ehemalige Freundin von Megan, Lizzy Kundi, hat das Paar nun für ihre Unternehmungen kritisiert, während sich die königliche Familie mitten in einer Krise befindet. Sie hat der Herzogin von Sussex vorgeworfen, sie habe versucht, sich wieder als Gwyneth Paltrow-Typ zu etablieren und behauptet, dass sie den Raum nicht versteht. Im Gespräch mit GBN America sagte sie, es gibt diesen neuen Netflix-Shows über Marmelade machen, Kochen und Gartenarbeit, und da dreht sich Harry um Polospielen, das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Punkt Ich denke, es ist ziemlich unsensibel, wenn Catherine das durchmacht, was sie durchmacht, und der König auch seine Krebsprobleme durchmacht. Um ehrlich zu sein, ist es wirklich unsensibel. Als ihr Interviewer sagte, dass Harry und Megan nicht merken, wie lächerlich sie wirken, kritisierte Lizzy sie dafür, dass sie den Raum nie lesen. Sie sind so in sich versunken, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können. Der Kommentator fügte hinzu, dass die Leute ihr auf der anderen Seite des großen Teichs todkrank seien und dass die Einführung ihrer Luxus-Marmelade gefälscht und unecht sei. Sie forderte Megan auch auf, sich bei Karte zu entschuldigen, als sie sensationell sagte, ich glaube nicht, dass irgendjemand daran interessiert sein wird. Es ist eine Fälschung. Es ist gefälscht. Es ist kitschig. Ich denke, die Leute sehen sie wirklich als das, was sie ist. Ich denke, sie sollte herauskommen und sich tatsächlich für das entschuldigen, was sie der armen Karte angetan hat, und vielleicht nicht so unsensibel sein. blackjackkart